Musik Bei Kommando 1 bewegt sich Lisa um 45 Grad zur Seite. Nun führe ich das Bein, was zu ihr zeigt, auf ihre Hüfte und ziehe mich wieder in die Ausrichtung. Bei Kommando 2 bewegt sie sich 90 Grad zur Seite. Nun komme ich mit diesem Bein nicht mehr an ihre Hüfte, also nehme ich das Bein, was weg von ihr zeigt, lege mich auf die Seite, setze den Fuß auf ihre Hüfte und richte mich wieder aus. Bei Kommando 3 bewegt sie sich 180 Grad ungefähr um. Nun kreuze ich die Füße an ihrer Hüfte und drehe mich zurück wie ein Korkenzieher in die Ausrichtung. Wichtig ist dabei, dass ihr auf den Schulterblättern dreht. Junge